so so sieht es aus wenn man mit frauen unterwegs ist problemanalyse ich weine warum ich hab meinen schuh gerade kaputt gemacht wie ist er ganz kaputt er muss nach hause fahren ich gucke zu und genieße ich halte das alles fest ja ich weiß auch nicht wo ihr mich empfiegt aber sieht schön aus hier ja wo laufen wir hin hallo kann mich jemand abholen wäre sehr nett nein nein Nein, schlanz, bro, bro, nein, schlanz, bro, nein